Willkommen zu meinem Review-Video über den E-Robot Roomba 692 Wireless Vakuum Plyana. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für Ihr Zuhause sein könnte. Beginnen wir mit den Merkmalen und Funktionen dieses Saugroboters. Der E-Robot Roomba 692 verfügt über ein Drei-Stufen-Reinigungssystem, das Schmutz, Staub und Partikel von Teppichen und Hartböden aufnimmt. Er passt sich auch an Ihre Reinigungsgewohnheiten an und schlägt Zeitpläne vor, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Darüber hinaus arbeitet er nahtlos mit Sprachassistenten wie Google Assistant und Alexa zusammen, sodass Sie Ihr Zuhause einfach per Sprachbefehl reinigen können. Ein weiteres großartiges Merkmal des Roomba 692 ist die doppelte Bürste für verschiedene Oberflächen. Egal, ob es sich um kleinste Staubpartikel oder größere Partikel handelt, dieser Saugroboter nimmt alles auf. Außerdem verfügt er über eine adaptive Navigation, die es ihm ermöglicht, unter und um Möbel herum zu navigieren und entlang von Kanten zu reinigen. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen von zufriedenen Nutzern. Faruk Sabat sagt, wir haben lange nach einem preiswerten Saugroboter gesucht und sind bei diesem fündig geworden. Ivelinchen berichtet, dass der Roomba 692 eine tolle Ergänzung zum normalen Staubsaugen ist und dass er erstaunlich viel Staub aufnimmt. BGRZ-YB ist ebenfalls zufrieden mit dem Saugroboter, gibt jedoch an, dass er sich eine bessere Ausstattung und eine einfachere Installation wünschen würde. Trotz einiger kleinerer Schwächen sind die meisten Nutzer mit dem Roomba 692 zufrieden und geben ihm eine durchschnittliche Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Jetzt möchte ich Ihnen noch einen Vergleich mit ähnlichen Produkten geben. Der Roomba 692 bietet ähnliche Funktionen wie andere Saugroboter auf dem Markt, aber zu einem erschwinglicheren Preis. Wenn Sie also nach einem zuverlässigen und effizienten Saugroboter suchen, der Ihr Zuhause sauber hält, ohne die Bank zu sprengen, ist der Roomba 692 eine großartige Wahl. Abschließend möchte ich sagen, dass der E-Robot Roomba 692 Wireless Vakuum Plianer eine großartige Investition für Ihr Zuhause ist. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner effizienten Reinigungsleistung wird er Ihnen helfen, Zeit und Energie beim Staubsaugen zu sparen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und unterstützen Sie mich dabei, weitere hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.